So, da haben wir also die Box, da haben wir die schöne Box, so sieht sie von vorne aus, so von vorne anders gedreht, so von der Seite, dann haben wir die Rückenansicht, die sieht so aus, genau, so und jetzt schauen wir mal rein, gut, da haben wir also diese Formschünen und Gürteltaschen, viele jungen Leute tragen die aber über die Schulter heute, ja, das sind ja keine jungen Leute, genau, so ist es eigentlich richtig, okay, also wir haben diese Formschünen und Gürteltaschen, dann haben wir eine CD mit dem neuen Album drauf, ja, genau, dann kommen wir, ah, da ist schon das Wendeplakat, ein nach der Wendeplakat sozusagen, weil es ein relativ frisches Motiv ist, ah, vier junge Männer in schönen Posen fotografiert, wunderbar, und jetzt nochmal einmal wenden, ja, da hat man das ganz große Zusammenglück mit diesem Plakat zu Hause, okay, das würde ich mir auch über das Bett hängen, oder man hängt eine Fensterscheibe, dass man von beiden Seiten die Motive sehen kann, so, jetzt kommen wir, jetzt gehen wir mal richtig rein in die Tiefen, ey, 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 da ist die Platte, da ist die Platte, oup, juh, 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 aaaah, und wir werden heute, für euch, Alter, da ist ja noch Merklin, da haben wir die schöne Zusammen- 7-inch-Singlet, genau, die ist da auch mt drin, aaaah, und das sind die selben Motive, die auf dem schönen Wendeplakat sind drauf. Warte. Okay, dann haben wir ein schönes Buchletz mit dem Text, mit schönen Musikern, schön fotografieren, eine 3D-Brille, wo man die schönen Musiker in 3D sehen. Und dann wollen wir noch schauen, welches Vinyl haben wir denn. Es ist ja farbiges Vinyl und die Farbe ist, die Farbe ist, ja, ich würde sagen, es ist sowas Grünes, ein Anthrazit-Grün, ein grünes Anthrazit. Okay, Kollegen, ich bedanke mich bei euch für eure kooperative Mitarbeit und Grüße mal in die Runde da draußen an die geneigte Zuhörerschaft zum Seher-Schaft. Wir verabschieden uns. Tschüss. Der Nachblick trifft ihn wirklich hart. Was zur Hölle ist denn los? Mit dieser Welt passiert. Was zur Hölle geht hier vor? So leuchtet doch der Teufel hol'n, mit seinen pilligen Parol. Und draußen tobt der Mord. Brennt alles nieder. Und stellt das ganze Haus, brennt alles nieder. Keiner kommt hier, leben groß, brennt alles nieder. Drinnen lauschen, nenn ich raus. Raus aus dem Irrenhaus. Und ich will endlich meine Bahn. Ich will auch keine Grenzen mehr. Ein anderes Element muss her. Seh ich doch nur zur See gefahren. Wenn wir zusammen sind. Wenn wir zusammen sind. Wenn wir zusammen sind. Dann sind wir zusammen. Oh. 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 Oh Wenn wir zusammen sind, dann sind wir zusammen! Oh, oh!